Hallo, in einigen Videos haben wir schon über mögliche Abmahnrisiken gesprochen. Ebenfalls haben wir vor einiger Zeit das Thema Google Analytics angesprochen, das nach gängiger Meinung gegen den deutschen Datenschutz bzw. das deutsche Datenschutzgesetz verstößt. Wobei es bei gängiger Meinung natürlich auch immer eine Gegenmeinung gibt und natürlich der Gesetzgeber hilft nicht wirklich. Die Gerichte haben noch nicht entschieden. Die eigentliche Problematik jetzt hier mal in nur einem Satz zusammengefasst und wahrscheinlich kann man das ganze Thema nicht viel mehr vergewaltigen, als es in einem Satz zusammenzufassen. Aber wenn Sie Google Analytics auf Ihren Webseiten einsetzen und ich besuche Ihre Webseite, dann schickt Ihre Webseite oder Sie meine Daten an den Server in den USA. In diesen Daten ist unter anderem meine IP. Jetzt ist es allerdings laut dem Datenschutzgesetz verboten, dass Sie personenbezogene Daten an Dritte weiterleiten. Die Frage ist jetzt also, ob die IP zu den sogenannten personenbezogenen Daten zählt. Wie gesagt, die Hälfte sagt ja, die andere Hälfte sagt zu aller Überraschung nein. Ein kleiner aber brisanter Nebenschauplatz wäre nämlich in diesem Szenario, dass wenn die IP eine personenbezogene Information ist, die unter das Datenschutzgesetz fällt, dann darf Ihr Provider die Daten im Grunde nicht speichern bzw. also nicht für die Vorratsdatenspeicherung und natürlich auch nicht weitergeben, zum Beispiel an die Abmahnanwälte der Musikindustrie. Jedes Bundesland hat seinen eigenen Datenschutzbeauftragten, der darüber wacht. Der Vertreter aus Hamburg, der hat eine Menge zu tun, da in seinem Bereich unter anderem Google angesiedelt ist. Nun, er verhandelt jetzt schon eine halbe Ewigkeit, plus drei Tage, mit Google, damit diese diesen Service an das deutsche Gesetz anpassen. Nach seiner Meinung kommt Google ihm nicht entgegen, sodass er Ende Januar 2011, entsprechende Links finden Sie in der Beschreibung, die Verhandlungen mit Google abgebrochen hat. Google danach befragt, sagt natürlich, dass der Fall ganz anders liegt und man hätte eigentlich allen Änderungswünschen entsprochen. Nun, jedenfalls sagte der Datenschutzbeauftragte am Ende, dass man nun nach dem Abbruch der Verhandlungen die Angelegenheit vielleicht dann doch mal vor Gericht lösen sollte. Das bedeutet allerdings natürlich nicht, dass er Google verklagt, denn die setzen zwar eventuell Google Analytics selbst ein, aber die leiten die Daten ja nicht an andere weiter, ist ja immerhin derselbe Verein. Also muss er jemand anderes verklagen, die das natürlich ebenfalls einsetzen. Für den Bruchteil einer Sekunde war da gerade mal Panik und jeder hatte Angst, dass es den kleinen Blogger von nebenan treffen könnte. Kurz darauf kam natürlich dann direkt die Entwarnung, dass er nicht irgendwen verklagen würde, sondern eben jemanden, der sich das dann auch entsprechend leisten könnte. Also einen großen Laden, denn es ging ja nun nicht darum, irgendjemand finanziell zu schädigen, sondern es geht darum, einfach nur eine Rechtsfindung durchzuführen. Das wesentlich größere Problem, das nur allerdings voll Paranoide sehen, ist natürlich jetzt hier nicht die einzelne Klage wegen Datenschutzgesetz, sondern eher die allseits beliebten Abmahnanwälte, die hier eventuell ein komplett neues Betätigungsfeld sehen könnten. Und während Sie jetzt eventuell noch denken, touching story, aber who gives a shit, weil Sie eventuell selbst gar kein Google Analytics einsetzen, so sollte hier doch klar sein, dass es nicht gegen Google Analytics im Besonderen geht, sondern gegen die Technik im Allgemeinen. Denn die gleiche Technik wird zum Beispiel auch von dem Facebook-I-Like-Button eingesetzt. Und das wird eventuell schon wesentlich öfters im Web eingesetzt. Eventuell auch von Ihnen. Auch von Bloggern, die natürlich wissen wollen, dass Ihre Welt Ihre Blogartikel liked. Und Facebook ist bei weitem nicht der einzige Service, der quasi alles durchdringt, damit jeder immer alles direkt mit einem Social Service verbinden kann. Sie sehen also, dass wesentlich mehr Leute in diesem Boot sitzen, als nur die professionellen Website-Betreiber, die Google Analytics einsetzen. Insoweit ist die Gefahr also erkannt und präsent. Und wir haben kein Video dazu gemacht, dass hier eine Abmahngefahr besteht. Aber davon ausgegangen sind, so schnell werden sie ja wohl nicht sein. Und natürlich, die ersten Meldungen über Abmahnungen kommen rein, wir haben das Thema am Ende dann doch verpennt. Und der Händlerbund meldet, dass eine Almedia GmbH genau in diesem Bereich Abmahnungen verschickt, wegen des Facebook-Plugins. Insoweit prüfen Sie eventuell nochmal Ihre Verwundbarkeit. Das Risiko ist nicht hoch, aber das haben wir auch beim ersten Mal gedacht oder gesagt, als wir deswegen kein Video gemacht haben. Und da hatten wir auch nicht recht. Also, es ist nicht hoch, aber es ist offenbar höher, als wir dachten. Dabei, um da eventuell der ein oder anderen Frage schon vorwegzugreifen, es ist nicht unmöglich, Google Analytics oder den Facebook-Button zu nutzen. Der strittige Punkt ist, dass wenn ich Ihre Daten an Dritte weiterschicke, dann muss ich Sie vorher darüber ordentlich aufgeklärt haben und Sie müssen dem Ganzen zustimmen. Wenn Sie dem zustimmen würden, dann dürfte ich natürlich auch die Daten an sogenannte Dritte schicken. Und ja, es reicht nicht, wenn Sie irgendwo auf der Webseite stehen haben, dass man gerade den AGBs zugestimmt hat, nur weil man die Seite aufgerufen hat oder ansonsten neben dem Button schreiben. Sie haben gerade zugestimmt, weil Sie sich den Button anzeigen lassen. Also, da muss wohl irgendwo vor dem Übertragen ein Klick sein. Insoweit Okay. Amen.